Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Multimedia mit dem Schwerpunkt CD-ROM. Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich für ein Festival, was wir in diesem Jahr veranstalten, dass wir so etwas wie eine grundlegende Einführung bieten in diesem Bereich. Aber wir haben uns überlegt, es gibt Stichworte, die in den letzten Monaten, auch Jahren, immer so umherschwirren, wie eben Internet, CD-ROM, Multimedia und so weiter. Und wenn man mal nachfragt, bei Leuten, die diese Worte ständig im Mund führen, was weißt du eigentlich darüber, erzähl mir mal ein bisschen, dann immer, äh, dann kommt also sehr Schwammiges. Und wir haben gedacht, okay, also wir haben hier genug Fachleute sowieso versammelt für diesen Multimedia-Schwerpunkt, machen wir es doch einfach mal so, dass wir wirklich für die Leute, die gar nichts wissen, eine Einführung bieten, die aber so gestaltet ist, dass Leute, die schon Vorkenntnisse haben, gleichzeitig auch noch was Neues erfahren können. Und aus diesem Grund haben wir, also heute Vormittag und morgen Vormittag, morgen unter dem Stichwort Internet, diese Einführung. Und die wird jetzt im ersten Teil, das geht ungefähr bis halb zwei, wird sie sehr theoretisch sein, es gibt wenig zu gucken. Und, ähm, es wird aber hoffentlich klar werden, also was bei CD-ROM im Hinblick auf Hardware und Software notwendig ist, auch möglich ist. Und, ähm, dann im zweiten Teil, ungefähr um 14 Uhr, äh, werden wir dann auf die künstlerische Seite gehen. Und dort haben wir dann drei Künstler versammelt, die ihre Arbeiten vorstellen werden. Aber auch da geht es weniger darum, viel zu zeigen, weil, äh, es ist wirklich langweilig, äh, Multimedia auf der Bühne zu präsentieren. Äh, äh, und für's, also für die Zuschauer langweilig, weil man kriegt dann immer das Gefühl, jetzt will ich mal die Maus in die Hand nehmen und klicken und machen. Aber man hat keine Eingriffsmöglichkeit. Und das Interaktive ist ja gerade das Entscheidende bei CD-ROM. Äh, deswegen haben wir eben, äh, nachher nur kurze künstlerische Präsentationen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gespräch mit den Künstlern. Und die Projekte sind bis auf eine Ausnahme dann unten in der Ausstellung, äh, sozusagen für die Zuschauer zugänglich. Dort können sie selbst navigieren und selbst in die Tiefe gehen. Ich möchte jetzt die beiden Referenten auf die Bühne bitten, die das, den ersten Teil bestreiten werden. Das ist einmal, ne, ich warte. Das ist Simon Bix, unser Gastkurator, der diese Veranstaltung mit uns zusammen geplant hat, der sehr viel recherchiert hat, der sie strukturiert hat, dem wir sehr viel zu verdanken haben und der die Veranstaltung weitgehend auch moderiert. Äh, das ist Stefan Scholze, Systemforscher von der Firma Pixelpike, die, äh, ganz kommerziell CD-ROMs entwickelt, Multimedia-Projekte entwickelt. Und die beiden werden jetzt in den Bereich Hardware und Software einführen. Wir machen einfach zum Sackenlassen zwischen diesen beiden Blöcken, Hardware und Software machen wir fünf Minuten Pause. Äh, rennt er nicht massenweise aus dem Saal. Äh, es ist wirklich nur, um ein bisschen Ruhe zu geben, zum Nachdenken und so weiter, äh, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, aber nicht eine längere Pause. Die ist dann so gegen halb eins. Danke und ich wünsche viel Spaß und Anregung. Ähm, I'm glad to see such a large audience for us rather going to be a technical presentation. So, this is good. Ähm, I thought we'd have about ten people. Ich dachte, vielleicht tauchen zehn Leute auf und das alle nur kommen wegen nem Kunst. Diese Präsentation ist technical. Diese Präsentation ist technisch. Es ist eine Einführung. Also wir erwarten nicht, dass die hier aus dem Saal gehen und CD-ROMs machen, aber wir wollen, dass sie die praktischen technischen Techniken, die involviert sind, außer sich die Leute, die damit arbeiten. Das ist ungefähr, wie wenn ein Videomacher redet über, wie er mit Auslichtung, etc., etc., und seine verschiedenen Technologien, wie die Informationen auf dem magnetischen Band gespeichert wird. Wir wollen also ungefähr das gleiche tun. Jetzt gebe ich den Mikrofon an Stefan. Er hat sehr viel Hardware-Wissen in seinem Kopf. Tja, ich schließe mich Simon Bix an, was die Menge an Leuten angeht. Und mein Ziel ist es, trotz der Fülle an technischen Informationen zu versuchen, es einigermaßen verständlich darzustellen. Ich werde mal den Platz wechseln, um zu meiner Maus zu gehen. Ohne die geht es sogar für eine Präsentation nicht mehr. Ich möchte mich bei Stefan bedanken für seine Präsentation. Ich fand sie ausgezeichnet. Ich habe mich in den letzten Minuten mit einigen Leuten unterhalten, und es ist ganz eindeutig, dass seine Erklärung der Technik sehr gut verstanden wurde, und dass die Leute auch ganz angeregt sind, dass sie sich sehr freuen auf die Zukunft, und das ist ja wunderbar. Ich glaube, das Videofest hat diesmal wirklich Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich glaube, dass das Interesse nicht nur aus dem Ingenieurwesen kommt, es gibt auch das Interesse unter den Künstlern, die ausprobieren wollen. Und ich glaube, das Ganze wird sich jetzt in der nächsten Zeit sehr beschleunigen. Ich will aber jetzt von der Software sprechen, und ich habe ein ganz spezifisches Herangehen. Ich beschäftige mich mit den grundsätzlichen Systemen, die man braucht, damit das Ganze geschehen kann. Ich schaue mir also nicht Digitalisierungssoftware an oder Tonsoftware oder Schnittsoftware. Das sind vielleicht interaktive Schnittstellensoftware oder Endverbrauchersoftware. Mir geht es um die Software, die man selber schreiben kann, um meinen Dialog mit dem Rechner, was er versteht, was ich verstehe, damit wir alle diese Komponente steuern können. Denn bei den interaktiven Medien geht es ja darum, dass die Struktur die ganze Zeit offen bleibt. Das hat man beim Videoband nicht, auch nicht bei der Video-CD. Das sind lineare Medien. Das heißt, es gibt ein lineares Verfahren von A bis B nach Z. Bei Rechnern werden die Daten willkürlich, wenn man so will, gespeichert. Es geht darum, wo der Rechner das haben möchte, nicht do. Und der Endverbraucher, der Nutzer, weiss nicht, wo die Daten gespeichert sind. Man kann es natürlich herausbekommen, aber man muss es nicht wissen. Der Rechner weiß es. Es gibt Menschen, die vielleicht nur einen Haufen Daten, irgendwo, vielleicht ein paar Sekunden Video, vielleicht an hundert verschiedenen Stellen speichern. Und da geht es um die Optimierung, die bessere Ausnutzung der Platte. Das ist nicht so wichtig, wie das passiert. Was man wissen muss, ist, genauso wie der Rechner diese Daten irgendwo hinschreiben kann, kann es auch irgendwo herlesen. Und für jede, der mit Interaktivität zu tun hat, mindestens aus dem technischen Standpunkt, ist, wie strukturieren wir das alles. Bis jetzt hat keiner eine richtig gute Technik entwickelt, um dieses Verfahren zu steuern. Es geht um eine ganz einfache Oberfläche, Nutzeroberfläche, so wie man das beim Malprogramm hat zum Beispiel, oder beim Textverarbeiter, wo man einfach anklickt und Menüs herunterrufen kann. Bis jetzt hat sich das keiner so richtig durchdacht. Und deswegen muss man sich ein eigenes Programm entwickeln. Das ist ja das Wesen der Sache. Aber in den letzten zwei bis drei Jahren haben einige Forscher und Hersteller Computersprachen entwickelt, die man ganz leicht anwenden kann. Einige sind so einfach, dass auch die Ergebnisse ziemlich einfach sind. Das heißt, man hat selber nicht sehr viel Macht. Andere wiederum sind ganz komplex. Komplex nicht, aber mindestens aufbaubar. Das ist eine einfache Sprache, aber bieten eine bestimmte Macht, ein bestimmtes Potenzial. So wie man sein eigenes Wissen aufbaut, kann man dieses Potenzial der Sprache ausschöpfen. Es ist wie eine Fremdsprache lernen, nur das Einfache. Denn als Kind wächst man ganz natürlich mit einer bestimmten Sprache auf. Man sagt Mama, Papa, Katze, Hund, Hunger. Das weiß ich. Und das wird immer raffinierter. Die Grammatik entwickelt sich, die Lexiker entwickeln sich, und man fängt an mit Sätzen zu arbeiten, erst mit Nebensätzen, dann mit ganzen Sätzen. Und irgendwann hat man eine ganz raffinierte, metaphorische Metasprache, wo man ganze Spracheinheiten abruft, um andere Phänomene zu beschreiben. So akkumulieren wir eine gewisse Kraft, ein gewisses Potenzial mit der menschlichen Sprache. Das ist alles ganz semiotisch, alles ganz zerebral, was ich hier erzähle, aber die Prinzipien sind bei diesen Computersprachen genau dieselben. Außer, dass wir hier nicht mit anderen Menschen kommunizieren, sondern mit einem Rechner. Und der Rechner ist ganz doof, der ist ganz dumm, der ist so dumm, dass man gar nicht behaupten kann, der sei intelligent. Der kann nur das ausführen, was man ihm sagt, und nichts weiteres. Er hat überhaupt kein Selbstgefühl, keine Fähigkeit, eine vage Idee aufzuknüpfen und zu deuten und zu sagen, ich glaube, es geht hier darum. Er kann nur das machen, was man ihm sagt. Also die Sprache, die man benutzen muss, ist formaler Art, in mathematischem Sinn, aber auch im umgangssprachlichen Sinn. Man kann auch keine Fehler machen, denn der Rechner wird die Fehler genauso deuten, wie sie eigentlich im Sinne hatten. Menschen können Fehler besser berichtigen mit ihren Gehirnzellen. Ja, ich beziehe mich wieder auf die CD-Speicherung. Die Menschen haben einen großen Sektor für Fehlerberichtigung. Vielleicht 50% des ganzen Spektrums. Das hat zu tun mit unserer Sozialisierung, mit unserem Hineinwachsen in die Kultur und mit diesen Metasprachen, diesen Systemen, mit denen wir den Umgang lernen. Rechner sind ein paar Jahrzehnte alt, wir sind, ja, Millionen alt. Wir haben sehr viel Zeit gehabt, um uns zu entwickeln. Und dieses sprachliche Potenzial des Rechners ist minimal. Aber es birgt sehr viel Potenzial in sich. Durch diesen Grundsatz, durch diesen sprachbezogenen Grundsatz und dieses ganz einfaches Alphabet, es gibt nur zwei Ziffer, 0, 1. Und da liegt das ganze Potenzial. Sowohl für den Rechner selber, diese weiße Kasten im Sinne von Mac, wie auch die Datenträger, die Festplatten, die CD-ROMs, die telefonische Leitung im Internet. Es ist egal, mit welchen Datenträgen wir zu tun haben, die sind alle ähnlich, die haben alle nur mit 0 und 1 zu tun. Und alle Rechner der Welt arbeiten auch nur mit 0 und 1. Das heißt, jede Datenträger kann durch jeden anderen gelesen werden, wenn man bestimmte Konventionen, bestimmte Protokolle entwickelt. Und hier geht's los. Ich will mit dieser Einführung nicht so richtig viel weiter spinnen, denn ich möchte, dass wir zur Arbeit voranschreiten. Aber ich möchte diesen Grundsatz erst mal fest erläutern. Der Rechner ist vor allem eine sprachbezogene Maschine, die die Entwicklung diesen ganzen Technologien erlaubt hat, ermöglicht hat, weil er zugänglich ist, weil er schnell reprogrammierbar ist. Denn durch die ganze Beschleunigung, die unwahrscheinliche Beschleunigung der technischen Entwicklung, ich weiß nicht, wer das behauptet hat, bis jetzt habt ihr gar nichts gesehen. Das wird noch explodieren. Videodisc könnte in einem, zwei Jahren schon auf dem Markt sein. Internet wächst um 20% im Monat. Das heißt, die Großbritannien würden innerhalb einigen Jahren alle Leute ihre Bankgeschäfte über Internet abwickeln, wenn es so weitergeht. Das ist unwahrscheinlich. Das ist eine große Revolution in den Medien. Es wird unser ganzes Medienerlebnis total von Grund auf ändern. Und weil die Medien eine soziale Erscheinung sind, wird die ganze Gesellschaft dadurch geändert werden. Aber wir wollten ja hier nicht von der Philosophie sprechen. Vielen Dank.